Was passiert nun im Storven? 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 Ich habe mir mehrere Schriftstätten gewählt, um so ein Wort zu sagen. Wir gehen nun an den Storven, und wir gehen nun an den Storven. Wir gehen nun an den Storven. Wir gehen nun an den Storven, und wir gehen nun an den Storven. 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 oder was wir da waren zu tun haben, ein bisschen wieder. Und erstens, eine Versche, die uns vielleicht meistens alle bekannt ist, wo wir vielleicht, wir lesen diese Verschen, wie wir durchstellen, 1. Korinther 2 Verschen 1, wo jetzt sage ich, wo es geschrieben steht, wo kein Ehrge sein hat, 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 wo kein Mensch gedacht hat, wo kein Ehrge sein hat, wo kein Ehrge sein hat. Wenn wir die Verschen haben, die wir durchstellen, können Sie wissen, was es passiert ist, können Sie wissen, was es passiert ist, wenn Sie die Verschen, was Sie sagen können, was Sie sagen können, was Sie sagen können, oder Sie denken können, was Gott hat, wenn Sie die Verschen, die nächste Verschen, die erste Korinther 2 Verschen, dann wird Gott das Wort verletzen, in der sich sehen, dass es uns gelegt hat. Weil es der erste Verschen, alles nur, sogar was Gott seine größten Geheimnisse sind. So, der ich den jetzt, und der ich gerade sehen, wird ich habe nur so ein Wort, was ich sage, was Gott reinholt hat. Wir können vielleicht nicht wissen, jeder Einzelheiten, was das wollen sehen, der Dinge, ich habe vielleicht nicht alle gerecht, aber der ich den jetzt, was alles nur verschen wird, sogar Gott seine größten Geheimnisse, seine größten Secrets, oder seine größten Gedanken, das wird der Jesus in uns, was heute uns gelegt hat, auf den Nufarsch, so du, der ich, der ich gerade sehen, wird in den Jesus, ich habe mich gekämpft, wie ich, was du verabschiedst. Weil ich eigentlich mal wieder tauscht, und Menschen haben eigentlich, wie an alle, ich bin nicht wie an alle Karten gefallen. Keiner kann sich abfluten, wie wenn Gott kommt, oder was er für uns hat. Bloß will es, der Schrift sagt, der Gott, das läuft, wie man doch, Gott ohnehin aus uns persönlicher Heiland, in du, da ich deut dir, kann ich nennen. Räumer 3, Vers 23, sag ich, du hast kein Unterscheid, alle Mohnhaft gesündigt, und kommt durch den Karten, wort heibe Gott sein und soll. So wie erstlich, wie von aller Karten. So wenn wir hier wollen, ein Port nehmen an das, was im Himmel ist für uns, dann macht wie erstlich, Gott ohnehin aus uns persönlicher Heiland. Matthäus 7, Vers 13, und 14 sagt das, gut, der ich de enge Port nehmen will, der Port, als Wied, in der Waag, als Bräut, der ihn dort verdorfen wird, und viele Gäste gehen in den Waag. Und der Port, der als Eng, in der Waag, als Schmol, der im Leben führt, und du sind nur wenig, der hat Fingen. So dass sie hier in Heser, wie wir an jünglich mal wieder tauschen tun, dass du als ein Waag, Jesus Christus als du Waag, hier ist der Waag, der Waag, der wird in der Leben, und hier ist der der, wo wir daig gehen, hier ist der enge Port. Nichts, was ich konnte, oder was ich mitbringen kann, kann ich mit dir, der kriege nicht, dass du nennen kannst, dass es bloß, dass ich daig ist, dass du daig. Du bist der Port so eng, ich konnte nichts, dass du das bloß, was ich daig gemacht hast. Und dann sagt er uns, wenn wir daig, dass wir daig sind, wenn wir daig, der enge Port sind, daig sind, in Johannes 4, Vers 2 und 3 sagt er, und hier ist, hier fangst du das Umwort, wenn du das reitmärken hast, hier war wie ein bisschen sein Antikettchen, ich sage, Johannes 4, Vers 2, in meinem Führer sind höchst dann viele Wohnungen, und die Versaltung würde dann sagen, das ist Menschen, das ist das große, wunderbare, übergeströmte Hieser, und so wieder. Die deutsche Versaltung sagt bloß, viele Wohnungen, wenn dort nicht so wird, würde ich ihnen das gesagt haben. Ich kann also haben, die Günden steht, reitmärken, und wenn ich hänge, die Günden steht, reitmärken, wo ich treu kommen, und die Gündung zu hand nehmen, doch die du sind, wo ich sie. So, Jesus ist, ich habe es Port von der, der eigentliche Gott ist, habe es, Gott, habe wird wie Gott eurer Welt umfangen, habe wird wie es Menschen gemärkt werden, und so wieder. So, habe ich es Port von Gott, und habe jetzt verab, und da hat für uns eine Städte reitmärken, sagt er hier, und habe gesagt, wenn er nicht so wird, wie ich das gesagt haben. Weil wenn es das so ist, sagt er uns, dass er das geht, und wenn er das geht, dann wollte er uns holen, komm, doch wie du kannst sagen, wo er ist. Er sagt nicht, wenn der Städte reit ist, dann wollte er uns holen, er sagt, er geht vorab, an der Städte reitmärken, und er wollte uns da anholen, wo er nicht steht ist. So, wenn wir ein bisschen denken, dann an der ganz Baust der Städte, was wir uns hier ausgeräbt haben, was wir mal gesagt haben, hier bei ihr. Wenn wir sagen, ich in meiner Früh, unsere Familie, wir haben gelegen, wir haben uns hier in Alberta gefahren, und wir sind bei den Rocky Mountains, den Canadian Rockies, wir sind beim BAMF, mit so einem Cablecar, und wir sind auf der Welt, ja, auf der Welt wieder, ganz auf der Spätzbäune ab, und wir haben einen Kaffee, in welcher Schau hoch, aber wir sind sehr hoch, und wir haben ganz Bufen, und die Bufen haben sich so ein Gestalt, die haben gemerkt, wo wir können Bufen stehen, in den Raufketten, und dort bleibt bloß besonders Schmack, wir können das Bufen schneiden, das wird im Juli, die Bufen schneiden, und wir raufketten, da in den Augen, die wird grüne Gras, in bläwe Läcken, in grüne Läcken, in alle Sachen, das bleibt bloß sehr, sehr Schmack. Und wir bleiben nicht so lange Bufen, wir haben uns nicht reingemacht, vor dem Schnee, aber das wird in sehr, sehr Schmack, wunderbar, das Bild, wie das können sein, jetzt wie die Bufen stehen, und das ist das, was wir hier in Abiru sein können, und das wird so sein, und ich habe gelegen, in 2008, nach Deutschland zu fliehen, wegen meiner Arbeit, so wir werden durch, über dem, was ich trage, wir haben alles mit, was wir haben, und da haben wir ein Kastel, wo ein Königswürden gewohnt haben, und so wieder, und da waren wir nicht nach dem Gebrück, da haben wir, wenn wir hier von dem Kastel, und so wieder, das war ein Kastel, das hat mich auch gebildet, das war ein Lohn, das ist das, graute Steine, wie ein Schmack, leck, gehackt, und das, das habe ich gemerkt, und das war ein gerundlich, so schmackes Gebiet, und das war noch in perfect condition, wenn wir dort gemerkt, ob das so ab einmal geblieben, wir wollten dort nicht, wo ab einmal geblieben, aber das war bloß ein so schmackes, so schmackes Gebiet, wie ein Meierdinger, und wir wollen denken, dann fangen wir, ob wir richtig, wenn wir an sich gehen, wenn wir ranfahren, dann ist das Wasser, da hat, graute Schmacken, hier ist er gemerkt, und wir wollen vielleicht vorhin, vielleicht vorhin, und wir sagen, dort hüßler, mit so einem Merkauf, das war das Gleiche, und wenn wir daran denken, was wir uns hier an können, überdenken, was der Schmack, das ist der Kastel, was ich in Deutschland gesungen habe, oder graute Schmacken, was wir hier haben, was uns sehr Merkauf nicht lohnt, Menschen haben, sie kriegen alle so ein Gedäuen an, von Schmacken, die sie merken, von Schmack lohnt, Strom lohnt, und so weiter. Wenn wir hier an denken, dann sage ich, heute geht herab, zu manchen steht, und wir haben heute nicht für größere, höchere, betere Gedäuen, das wir haben. Wenn wir hier verabschieden, und wenn wir hier sagen, wir haben heute vorhin, was wir machen, für uns, wie wunderbar, was das ist, was wir für uns machen. Wir können auch sagen, dass Menschen ihre Ideen haben, wie wir mit Abkommen können, was uns hier schmack lohnt, und danach, wenn wir hier das selbst verabschieden, und uns machen. Das erste Ding, was wir machen, vielleicht im Denkölner, was wir machen, wenn wir den Denkölner, dass die Salze, die haben, das ist wunderbar, das ist ein Schmack, das ist ein schönes Städt, und das nächste Ding, wenn wir, ich war nicht über diese Fahre, aber in Lukas 20, 27, da saßen, da sind die Fahre, wo die Syrizeer, die ihre Frau, und sie waren frei, und sie waren befriedigt, und sie sagten, sie waren, 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 und sie waren, sie waren, so lange, so lange, sie waren, sie sind befriedigt, mit ihnen, und hat keine Kinder, in die 打fte, die Früh, und Wir bewes sind, sie sind, wenn wir im Himmel, sind. Und er sagt, sie können das Schrauf nicht verstehen, im Himmel, hat sich hier bewält, dass wir uns frieren, und befrieren, und das Leben hier wieder, aber im Himmel war ich nicht so, du warst nicht frieren, und befrieren, du warst nicht mehr den, was ich Und vielleicht hat er schwer zu begrepen, wenn man denkt, wenn man denkt, ich rede, ich bin ein Frühfällig, ich will mit der Taubgleichen sein, und ich glaube, wir werden vielleicht auch Taub sein, so wie wir in der Salve stehen sein, oder so weiter, aber nicht als ein befriedes Paar. Wenn man denkt, wenn man denkt, dass man einen Paar von sich gibt, wenn man denkt, dann sieht man, dass man einen Paar von sich gibt, das ist der Post oder der Krach. Nun wird er erfüllt durch seine Früh. Nun hört er, was er am Fehlende hat. Und der zweite Ding, was er sagt, ist, dass er Töp sein kann, dass er Töp keinen Schaufen in der Welt bedacht, oder nicht bedacht, aber vielleicht bearbeiten in der Welt, was er gefällt war. Aber wenn du denkst, du wirst kein Fehlende haben. All die, die gestorben sind in Jesus, waren abstoende, waren alle sind. Es wird nicht fehlen, dass die Kinder geboren sind, wie die Menschen, die das Bild nur looten haben. Und das ist auch, wenn du merkst, dass das nicht ganz vorig ist. Ich fände, dass du allein hast, mögen sie früher, dass er Töp, wie das vorig ist, das Bild, und er wird, dass er Töp lebt, wo Gott looten hat. Morgen allein, früher allein, könnt ihr das Bild nicht vorig merken. Hier mögen sie wie Töp können, und es befrieden, dass er Töp das Bild geben, dass er wie Töp, das eben Bild wie nur Gott. Aber wenn wir im Himmel sind, wenn wir wie Jesus sind und wie Gott sind, du haben, wir rennen uns, was uns fehlt, du wirst ganz erfüllt sein, wir wirst ganz vorig sein und ganz zufrieden sein, und es wird uns das nichts nicht fehlen. Das ist nicht, dass wir nicht wollen Fehlungen haben, oder wir nicht wollen Menschen, die wir rechnen, aber so wie das Töp fehlt, uns wem Töp sein, du wirst wir haben, was uns fehlt, und Gott allein, du wirst heim mit uns sein, du wirst uns das nichts nicht fehlen. Und du wirst nicht fehlen, dass die Kinder geboren sind, weil alle Menschen, die gestorben sind, und du wirst rein oder abstohen, und wenn du alle Töp sind, du wirst nicht, ich wirst nicht sagen, dass du von eben nicht von den Kindern geboren sind, aber so wie es eigentlich in der Schrift gefangen hat, dann schriftet nichts, du fandest, du wirst ein Kind geboren worden, du wirst alle Töp sein. Und das nächste Ding, einmal dann, hier hat einer, von einem Menschen, die sagt, ich habe das Leben nur noch gehört, und ich weiß, ich habe Jesus auch genommen, und der sagt, das ist alles fertig. Aber das sind Dinge, die sehr viel regnet, hier habe ich, und ich wundere, als ich war, was ich bin, was ich hängen lassen habe. Ich wundere, dass wir lesen, wenn es Rekamon, wenn Lazarus, wir wollten, dass er schwindet, dass er gestorben wird, und der Rekamon wird in der Halle, und Lazarus wird über Abraham im Himmel. Und von der Geschichte, weil wir dort entdecken können, was aber immer noch passiert, und wo sie werden gewachsen, und all das. So können sie wieder denken, dass sie dort sein können, und verstehen können, was sie werden gewachsen. Und was wir glauben, sonst wird da nicht, was die Dinge geschützt werden, was wir enthängen lassen. Aber das ist ein bisschen so, weil wir sagen, wir wollen auf dem Jaten abkriegen, so haben wir Hand fliehen, und sie haben, was sie, wenn sie gerade genug sind, dann hat er hier in First Class, und sie haben breitere Säten geraten, und sie bringen ihm alle Säten, und schau dir so für free, oder so wieder. Und wenn sie nur hängen, das ist in einer von den kleinen Säten, in der Engel, wo die Menschen tippt, gepasst sind, dass sie mehr Menschen nennen können, wenn sie nur kommen, und die sagen, hey, wir haben die Säte zweimal gebrochen, was du, dann kommen hier die Ferien Säten, wo das in First Class ist, wenn das nicht ganz voll. Und wenn du jetzt in der Bahn bist, und du setzt wöchelmeier Rüme, wöchelbäder, und alles aus, wo es dir eine Verlangen hat, drei Sekunden, wo das nicht so gelb wird, wo es enger wird, vielleicht mürfig, recken, und alles aus. Das ist vielleicht nicht ein sehr, gerade ein Verbild, aber es ist ein kleiner Bild, wo einer etwas betreffend hat, als wo einer hat, dann drei Sekunden dort äußert, einer hat kein Verlangen, nur einer freut sich, bloß wo es betreffend hat, als wo einer gekriegt hat. Und wenn wir daran denken, dann was wir wollen können, dann ist drei Bangen, wenn wir daran denken, dann Gott sagt, ich habe Dinge, wie wir in den Himmel kommen, wie wir das alle Leben hängen lassen, eben als alle Körper, vielleicht Krankheiten haben, oder Trübel haben, oder vielleicht einfach, was uns Tidwies weidet, oder so wieder, wenn wir dort alle hängen lassen, dann haben dort oben, wo Gott für uns half. Wo wir dann, wenn wir hier an uns keinem Bild reuenmerken, in uns Kopf, wo wir uns denken, na, wenn ich das kriege, dann will ich nicht drei Bangen, Du hast dann, wo viel Dollar, kann ich sich den Namen lassen, wenn wir dort kriegen, wo Gott half von uns reuenmerkt, dass wir nicht wollen, weil wir ein Trainer das auch leiden, wenn es so viel Beter sind. Das ist eine Welt, das nach einer Trenn hier steht, eine Verbrauchung, eine Verbrauchung, und so wieder, in uns wird versagt, in vielen verschiedenen Wegen, aber wenn wir durchführen, dann wird nichts von uns sein, und dann werden wir nicht in Verlangen, um zurückzukommen, weil es bloß, es wird bloß wunderschön sein. So, wir wollen uns nicht drei Bangen an das Olle Leben, das nächste Ding ist, was es sein, wenn wir, wenn wir Storben dessen, das im Himmel nennen, dann wirst du ein Engel sein. Wenn wir an Engel denken, wir denken, wir haben Flächen, und die fliehen sich an den Flächen, und haben Flächen, und haben Flächen, und haben Flächen, und haben Spiele, und alle Seiten. Aber der Schrift sagt nicht, dass wir ein Engel waren, wenn wir im Himmel kommen. Der sagt, wir waren so ein Engel, aber nicht, dass wir ein Engel sind, wir wollen still eine Person sein. So, der Antwort ist, wir wollen nicht Engel sein, wir wollen zu sein, wir wollen vielleicht viele von den Charakters haben, oder Charakter haben, was Engel haben, wir wollen vielleicht, ansonsten vielleicht, ein Teil von den Dingen, was wir vielleicht haben, aber wir wollen nicht wirklich Engel sein. Engel, die sind nur zum Gott, die sind für eine Öse, bloß zum Dein, und wie sein Sinne, was die Frieden wollen haben, wir können uns wählen, als wir den Himmel wollen, oder nicht, als wir Jesus wollen, oder nicht, in der Engel handeln, nicht so, da ist eine ganz andere Sorte, Deiner, wie wir ihn sagen, zu Gott. Und das nächste Ding ist, wenn wir, wenn wir denken, an den Himmel, das ist ein Bede, wenn wir hier von einer stehen, der untersteht, tragen. So, wenn du was von einem Land oder von einem Haus oder von einem Haus oder du bist eine Person, die an der anderen steht, und wenn du hier aufstorben bist, dann ist es, wenn du tragen, das in den Himmel, du bist die eine Person, und du bist doch, du bist die Person geblieben, wenn du auch du bist, du bist bloß, dass du hast gemoven, in der nächste steht. In 2. Korinther 4, Vers 8, der 18 sagt, wir sind über ganz getraust, wir wurden viel Läufer an seinen Körper verlaten und durchsbem Herrn sein, weil wir uns nur bangen, da wir uns mehrlichstet haben zu gefallen und da und ob wir hier sind oder durchsbem wie man in Orlaufer Christus in Reichterstell kommen, da den Giedersinn Lohn krieg, für was er in diesem Leben geduhen hat, auf Gott oder schlag. So, wir waren, wenn du war und du kamst vor Gottes in Reichterstell und du kriegst dich belohnt, dass du nicht aus dem Himmel oder in der Halle bist, aber du kriegst dich belohnt, was du tun hast. Aber da sagt hier so, Paul sagt hier, wir wurden viel über uns körperlich verlaten und tüßern beim Herrn. Er spricht nicht von, dass er geändert sind, so wie er ein Engel ist, er wird tüßern beim Herrn. Er wird nicht ein Engel sein, aber er wird geändert sein, so wie er ist, wenn er in Fleisch und Blut konnte ich den Himmel nicht haben. Und wir wurden nicht versorgt worden. Hier auf der Welt haben wir so viele Dinge, wo wir keinen versorgt haben, so viele Dinge, wo wir keine Karte empfangen, wie wir die Böse finden, die Rantraum und die Prüft um zu versiegen und die Prüft uns alle Arten unterkoppeln, alle Arten Sinnmerken, Scheinluten und so wieder. Im Himmel waren wir nicht versorgt worden. Ein Mann hat gefragt, wir wollten dort zutun, da wird eine Zeit auch im Himmel und dann wird draufgesagt, wenn er so sein ausgeht und wenn er nicht schroffen hat, wird dann draufgesagt vom Himmel rührt und das Morgen hat eine Frau gesagt, wenn der Engel so hat, so eine Judäu gehört, wo ich dann auch ab einmal, wenn ich das sehe, am Ernten war ich versorgt worden, dass ich war, weil vielleicht so sein, dass Gott erweig ab einmal irgendetwas dann wird im Himmel rückgesagt worden. So wie es wie beschrieben fing, nein, das wird nicht passieren, weil Gott sagt, er hat kein versiegt, aber er kann nicht sein, wie er als Gott. Er hat kein versiegt, wenn er nicht sein, er hat keine andere sein, du nichts sein, was die Gedanken sind zu geben, was von Gros was grüner sein und andere sieht. Wir wollen immer seine Gedanken haben, wir wollen sagen, was Gott hat gekostet, uns zu kriegen. Wir wollen nicht erinnern, wenn wir sind, wenn wir wenn wir verstanden, wir werden, was er gebrückt hat, uns im Himmel zu kriegen, dass Jesus all das gegessen hat, Blut vergoten hat, sie wieder, du kann im Himmel kommen und uns wird doch klar sein und verstanden wor er gekostet hat und wo wir sind angekommen. Und du we wollen, dass du nach so verschwindet werden, wir wollen ein Bild ganz klein sein, wo er gebrückt hat und wo er hat geraten, er hat 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 und er kann sein, er ist an anderen sieh, wenn wir denken, an Haus, er 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 der Korb wird besser sein, oder so wieder. Aber du, was wir das Bild haben, vor dich sagen, das ist, Jesus wird verabgegangen und auf uns das reitgemerkt, auf uns das steht hier gemerkt, und wir wollen dort verstehen können, und ansehen können, das ist vor dich, und das ist wunderbar, und uns wartet du auch nichts nicht fehlen. Wir wollen nicht, wir wollen keine sind, die du in die Kriegen werden, du wirst keine Versiegelung sein, du wirst nichts nicht sein, was uns wirst, sind die du in den nicht kommen, dass wir glauben, dass du erst noch was betrefft. Wir wollen nicht sagen, dass du ein ganz Bastard hast, wie du. Ich meine, wir wollen nicht sagen, was wir uns verdient haben mit dem Sinn, und weil wir uns das Friede geschenkt gegeben haben, und wir können kommen, und du wirst keine Versiegelung sein, du wirst keine Gedeuung sein, ob du noch was hast, oder noch was betrefft, wenn du es nicht beisegst, beisegst, wenn du es keinen Sinn beisegst, nichts nicht für uns, was kann sein, anzubilden, dort du vielleicht verbeterst, oder Gott nicht anst, dass du uns passt, oder die Gedeuung haben. Wie wollen wir, wenn wir da sind, eine Person, die sieht, und ich weiß nicht, dass das eine gläubige Person wäre, nicht, aber sie sieht, es ist nicht, dass du nicht vor den Elend waren, im Himmel sein. Es ist nicht, dass du nicht vor den Elend waren, weil das häufigst du nicht, du wirst wenig unterdenken, und du wirst nicht apart, was haben, und ich glaube, es soll nicht mehr so beten, dass du in der Halle gehen, du in der Gedeuung haben, und es steht im Himmel, wenn du mit dem Elend waren. So diese Person hat ein ganz falsches Bild, von wo der Himmel ist, oder der Halle, wenn der Halle was kein Schrein gehen, und der Himmel was bloß Schrein gehen, so die haben auch gesagt, wenn du glaubst, du wirst nicht unterdenken, sein. Und vielleicht hast du die die Fläche mit die Frauen tanzt, wenn wir denken, wie wir wollen im Himmel kommen, wie wir wollen die Arbeiden, wie wir wollen die Dinge zu tun haben. Jäuses, der sie hat uns immer gesagt, wir beten, dass wir wachen, wenn wir kennen, und sehen, wird. Man sagt, wenn wir kennen, und anfangen, als bloß Aram erschaffen wird, haben wir in das Garten Eiden gesagt, das wird das Paradies. 1. Mose 2, Vers 15 sagt, Gott, der Herr, nimm den Menschen in Saram, den Garten Eiden an, sodass er den bearbeiten in Besarien wird. Hier wird einfach nicht mehr in das Bild werden, hier wird noch bloß Aram, und er hat ihm in das perfect Garten Eiden in das Paradies gesagt, und er sagt ihm den an, und er sagt ihm was zu tun. Er sagt, ich kann die Einzelheit was er alles hat getan über den Beorbeiden in Besarien. Und ich glaube, wir könnten abpassen, vielleicht bitte nur, dass wir diese Gedeuung vielleicht reich haben, wenn wir denken an die Geschichte was Jesus alles vertellen hat, wenn wir denken an diese Arbeit was Gott uns hier gebt hat, was singen leiden hat, was du für eine Gouw hast gekriegt von Gott, wenn du das brücken ist, was Gott die hier auf Hange hat, wenn du warst eine Arbeit anfangen, wenn du erst ein Interview, dann erst ein bisschen sagen, ist du der Qualifikation das Leben hier als ein Interview für was wir waren im Himmel. Wenn Matthäus 25 sagt er, dass ein Mond auf einer Reise fuhr. Und sie nicht erraubt und an sie Familien vertritt. Und er auf den ersten vier Pängelt und den zwei Pängelt geschen, den dritten geft er eint. Und jiederm du noch aus hier im Stand wir te hontieren und fuhr wach. Te hontieren wir mit das was he für Qualifications would haben oder was he would verstohen. So Gott weiß, was er nicht kann. Du mit geft er an hier so fief Pängelt ist feuer eint. Und diese Talents. sagt er fuhr hei wach. Und er wurde so heim teilt dass du krieg sei du belohnt du mät. Ich bin wieder in Kapitel 9 und das 18 fangt an die erste Bäd war fief oder zwei und die gäng schaff und mät verdablen dort. Die dritte hat Angst und vielleicht hat viel was und ich weiß nicht wo alles. Aber hat ein Begriff geflossert hat ein Kontra was die erste kriegen hat. So hier in 18 fange war in Matthäus 25 sagt er aus die aus die 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 sind gekommen und die erste Bäd hat sein drei geft und das verdabelt hat und der dritte sagt er zu ihm du bist der knall du wirst du nicht gesagt hat und wo ich nicht ver gestreit hat dann hast du mein Geld in die Bank gelacht und dann wenn ich treib habe mein Geld mit Interesse gekriegen so er hat am wenigstens Geld in Bäd mit er hat zu tun mit Eiven ab den kleinsten war dass Interesse gekriegen es nicht sehr viel du kriegst nicht sehr viel Interesse wenn er Geld in das oder so wieder am wenigstens hat sie das in Bäd getroffen dann sage ich dir in der auch und wenigstens vers dann nehmt am dort der eine weg und geft dem dort die die tieren haf weil es für immer du haf dem wat meia geeft dort hei meia os genüg haf en wer ober nicht haf von dem wat genoomen wat he haf schmied den nutzlosen kreis ruht im dies drin du waren die menschen jommarierende mit den genoomen das im dies drin das bild hier von der hall wenn du hab das levin do wat die geeft hat die talent hat dem do ne met oiv wenn du du trü to bas in da stot dann geeft he die meia und das ist dann te sein in ex im himmel he wat die dinge geeft to down do no wot trü to he bas javas do no wot we 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 jesus in reich to kome des we to lesen de den jre ene was belohnt worden in de gaud de schlacht de dinge wat se do do had do no wot do down god there wot de nish nish and down there wot god dach lu do nish nish and sain ramme air feria on ass when sash nish 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 do you done have when joh each sh sh do and joh d you and an interview we had here son all bad do Ich will nicht sagen, dass wir in den Himmel kregen. Ich will nicht sagen, dass wir kregen, dass wir nicht sehen, dass wir uns versiegen, dass wir uns verstehen, dass wir wieder tun, dass wir perfekt können, dass wir arbeiten. Aber wir werden arbeiten sehen. Johannes 4, Vers 15 und 17, der das 14 Uhr dem, was Jesus des Mondes gehalten hat, sagt, der Mensch, der ging weich und sah zu den Jüden, dort, als Jesus wird, der am Gesandt gemerkt hat, wenn die Menschen haben gefragt, wissen wir, wie wir gehalten haben, und wie wir nicht, wie wir das getan haben. Ich habe ein paar Tränen sagt, der Jüden, dort, als Jesus, wie wir am Gesandt gemerkt haben, weil es Jesus, das am Sobot getan hat, stündende Jüden am, am, am sie leben, ich will mal den Himmel anfangen, weil es Jesus, das am Sobot getan hat, stündende Jüden am Leben und versachten am Daut zu merken. Jesus überseht, mein Führerarbeit bat von dir auch, in so Arbeit auch. So Jesus sagt hier, mir reicht Gott Arbeit, bat von dir auch, du hast eine Arbeit, du wollen Dinge sein, zu tun von uns, wir wollen dir nicht rumliegen, in der Führung sein, dass sie denken, was können wir tun, dass das hier terminiert werden. Du sollt die Arbeit sein, von uns zu tun, und uns wird die Schwingung, wir wollen es mit Frieden tun, wenn du nichts nicht kennenlernen, was uns, was für sie haben, du sollt nichts nicht sein, was uns, was kann sein, dort, was bedreht ist. Wir wollen ein ganz voll Verständnis haben, dass Gott an uns den Barsch gegeben hat. Ich kriege so ein johannes Feuer, das ist eindeutig, das ist das jäuse samaritische Frieden begehend, bei den Barmen haben, die mit Unterhaltung geholt, dann kommen die Jünger und sagen, inzwischen seht die Jünger am Lera abdach, wo er seht, ich kann was tun, wo ich nichts von weiten. Dann seht die Jünger einer dem anderen, haben wir was gebraucht, Jünger sagt, mein Eten ist dort, direkt dem den Wahlen der mir geschickt hat, in den Wort verricht hat. Jünger sagt, was am Nahrung bringt, was am Vorig merkt oder verhält, ist wie die Arbeit hat, was Gott ihm geschickt hat. Das ist ein Wahlen der hat, was er geschickt hat. Das ist ein Wort verrichtet. Du hast eine Arbeit, was fällt hier und das wird das verhalten wird. Das wird nicht Eten sein, wenn das Wort vor ich merken hat. Das ist Arbeit, was wir haben, was an Scheun und an Kämmern und waren. Wenn wir denken und eine Arbeit fahren haben, wir färten vielleicht ein Bad sind, was nicht tun, was es war und vielleicht bräuchten zwei, vielleicht was immer ist ein bad day bei der Arbeit. Das ist nicht ein Sündag beleven. Jeder Tag wird ein bisschen nach nach rein kicken. Es wird immer eine gute Zeit sein. Es wird schlechter Tag sein. Wir wollen auch Emotions haben. Wir wollen Dinge feilen. Dinge haben, wenn die Schrift er hat, dass große Farbe geteilt wurden, die die Brügel sind, die die große Farbe geteilt wurden, singen sind, wir lachen und so wieder. Wir wollen Feilungen haben, wollen nichts sehen, was Robots ist, wir wollen immer schmackstall sein, nur ein Ding down oder Glück wegkicken und so wieder. Hier wollen doll Dinge sehen, wo uns war ein Frau und so wieder. Wir wollen fasten und singen und lachen und so wieder. Wenn wir in Lukas saßen fast 23, 23, seit ihr heilt gekickt, sie nicht gehen an und seht, soll ich sein die Arme will es Gott Gottes reg es günd. So soll ich sein die die Hunger will die sein so soll ich sind die die Hüllen will sie wollen lachen soll ich sind die wenn die Menschen günd am den Menschen sehen sind hoven nicht lieben kann günd verstehten belägen in ein schlachten nun geben dann sieht Frau entspringt mit Freude will im Himmel wird günd leuen geräut sein wird dort es wird ihre vor rast den profiten auch Teuge saht haben also ich sage all diese Dinge wenn wir hier hungrig sind die gefällt worden wenn die hier so hielen die lachen die wollen die wollen die gauder Dinge ans Teuge loht wollen das was ist wir wollen die so viele Feuillungen haben das werden alles gauder sein wir wollen keine Feuillungen haben wir wollen die nächsten oft haben sich sein wir nicht in der Schraff haben gefangen wir wollen verstehen oft wir verstehen den lohn was wir haben dass dort ein gauder lohn ist was wir verdient haben wir wollen nicht wollen die nächsten oder keine nächsten oft haben wir unsere Feuillungen haben dass wir haben mehr gekriegt was wird werden Feuillungen werden starke Feuillungen sein aber wir wollen nicht in den steigen werden aufgehörstig sein und wir wollen uns sagen Gott kann das wir fingen in der Schrift wenn wir an denken tun ich glaube nicht dass Gott uns verstehen was denken was wir sind was wir können haben und so wir sind Dinge was so viel zu merken wenn wir sind wenn wir denken was wird wenn wir die Menschen sagen wir sind haben wir waren eine große Freude haben wir denken dann wir haben die Geschichte von den Rekamon in Lazarus einer wird im Himmel einer wird in der Hall und wir haben die nicht können kommen oder sie können sich tun im Reich des Rekamon wo Abraham nicht sein wird Jahre und Jahre waren Abraham auch weg wird mehrere hunderte Jahre alt wird Abraham weg wird von dieser Welt und das ist richtig man sagt wie er sagt Abraham Abraham wir wollen Menschen die kann wir wollen nicht mit den Menschen top sein wenn wir sein können wenn wir wollen eine Freiheit sein wir wollen unsere Familien sein unsere Freunden in dem Sinne wie jemand top sein gewählt vielleicht von der Welt wir wollen das alle sein wo wir sein was anders sein als hier wenn uns fehlt nicht am dass wir uns befried haben oder so wir waren anders gefällt worden als dort aber dort wieder waren alle kann dort ist das in der Schrift wenn wir lesen in 1. Thessaloniker Feier Versch 13 38 sagt die die nicht rühren da die nicht rühren brauchen so das keine Hüpp nicht haben weil wir glauben dass Jesus gestorben von dort abgestoßen ist wird Gott durch den Herrn Jesus mit einem Taub und Gott durch den Herrn Jesus mit einem Taub und dein Musik nehmen da ihr angeschlossen seid. Das sage ich, wie wir uns mit Jesus sehen, dass wir, dass ihr Leben in blieben, aber der Herr war ein Kampf wollen, nicht da herabkommen, da ihr angeschlossen seid. Wenn wir nicht mehr tun, dann würde es uns nicht mehr brauchen sein. Wir wollten nicht mehr, wenn wir uns herabkommen, wenn wir nicht mehr tun können. Weil wir wollen das nicht mehr tun. Er sagt, wir haben es ja nicht in Anklaren sein, wenn wir auf Jesus gesagt haben, wir wollen da nicht herabkommen, da wird angeschlossen sein, wir wollen nicht herabkommen. Der Herr, der wird selbst vom Himmel raufkommen und Lüte sein, was passieren soll, der Herr der Engel, der oben in Gott seine Person wird geblüßt worden, dann wollen die, die im Glauben, un Christus, soll ich gestorben sein, die ihr abstehen. Dann wollen wir, die wir leben und geblieben sind, die gelegt mit ihm, ab die Wolken abgenommen worden, in unseren Herrn begegnen, und dann war wir immer wie am sein. Dann sagt er, mit der wir treu sind, und wir haben uns unter. Wir waren taub nachgenommen, wir waren alle, was wir können. Wir wollen nicht apart sein, wir wollen taub sein, wir wollen nicht taub sein, wir wollen nicht kommen, wir wollen nicht sein können. Und das, woher wir uns dann sagen, dass wir uns so in den Weiten nicht in Anklaren sind. Wir wollen uns zu kommen, wir wollen nicht taub nachgenommen worden. Wir wollen nicht nachgeben, Aber wir wollen nicht nachgeben, wir wollen nicht nachmachen, dass wir nicht nachgenommen worden, wir wollen taub nachgenommen worden, wir wollen taub sein. Da sind wir nicht alle, die gestorben sind, sondern wir sind nicht alle, die gestorben sind, sondern wir sind in Glauben und Jesus Christus gestorben. Nicht alle Menschen, aber die werden gestorben sind, und die werden erst abgestorben. Das war das Bild, wenn wir daran denken, an Lazarus und an den Rekamon, da sind wir in Furtstur, und einer wird, wo der Glauben gestorben wird, der arme Mann, der wird im Himmel, und der Rekamon wird, also nicht bloß, was er in Rekamon wird, was wir glauben, dass niemand wieder an armen Menschen sind, hier auf der Welt, und wir können nichts nicht haben, sagen, wie waren sie seines Lazarus, und so weiter. Und das ist nicht, was er hier redet, er meint bloß, der Rekamon, der lebt für sich selbst. Der hat ein Hügel leben hier, und das ist alles, was er am Janker hat, und das setzt sich selbst nicht auf, du weh ihn, wir hier in der Halle, wenn er nicht hat Jesus auch genommen. Und wenn wir jetzt schauen, wenn wir dann noch so haben wir das hier in der Halle, wo ich aufsehe, dass du weh ihn, siehe ich von Hottenfrau, und meine Tung rät mit Freid. Mein Körper wird auch in Hübning reifen. Weil du wirst meine Säule nicht in die Hand geben, und deinen Heiligen nicht in der Däuren Rekamon anschauen. Du merkst mich mit dem Lebenswerk bekannt, und dein Gehen wird es so, als der Freid so geraut, dass du weh ihn kommst, wie die, der rechte Hand sind, aufgefreiten. Man sagt, im Salom redet er von, wo wunderbar das wird sein, und da wird er weh ihn an sein, das hat er uns nicht in der Halle gelassen. Ich will wissen, ob ich das Ganze in einen Wort kriege, und ich will, nach einem paar Dollar von, direkt, wo die Schrift von reden, wird direkt im Himmel Salzburg sein. Nur noch so weit, als du, wenn du sterben bist, und du bist in Christus gestorben, dann bist du für uns, dass Jesus so gesehen hat, dass jemand an seiner rechten Hand wird, ich glaube, wenn du an der rechten Hand bist, wird er dann gestorben, und er sieht, von der war stimmt, wie du im Paradies sein. Aber das Paradies in dieser Halle ist auch nicht an der Aufgebung steht. Du wirst nach einem nieen Himmel drauf kommen, in einer nieen Erde. Und, ich glaube, was meine nächste Onderung war, ich weiß nicht, wie wir die Keyword verlängern kommen, von dir, ich glaube, das ist alles ein bisschen von, wort wir uns absoluten können, wenn wir schon sind. Aber gerade, wo du steht, was sind, wo wunderschönen, wo schmacken, und all die Dinge. Ja, wir haben ein bisschen Trägen am Anfang, in der ersten Mosei, wo wir können lesen, wo es in den guten Eiden wird, oder die Sünden ankommen, und auch, aber in einer Offenbarung, es ist interessant, wo die Bibel auf eure Fahne verscheintet wird, und ich hätte auch mal verscheintet, was dann, und dann, dass alles andere, was entwischen ist. So, meine nächste Onderung, wo ich direkt bloß von, reden von, dann, wo die Schrift uns alles sagen, von, wo der Himmel wird sein. Nicht, was wir wollen dann, vielleicht ein bisschen davon, dass wir bloß von, wo die Schrift, wo der Himmel wird sein, so wie das steht selbst. Wenn wir haben, was sehr, sehr scheine, wie es wird bloß, ein Vater von einer, der, der studiert, das wird eine sehr, wunderschöne, sehr sein. So, ich würde es jetzt schließen, und, und, das ist ein Weg von, wo wir da waren, wir wollen dann, wo wir da waren, und, 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 wo wir die Menschen, die wir da waren, und, 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 wo wir dann, wo wir von, wo wir den Himmel, der nie Himmel, der nie Erd, und, wo wir uns dort abverluten können, wo wir der Rech wird sein. Und, wo wir vielleicht ein sehr schönes Bild bekommen, warum wir die Himmel nicht wollen, den Verlangen haben, die Welt zu kommen, und wo wir da waren, die Rindlich sind, die Friede sind, und Mautlich sind, wo wir da waren, wo wir da waren, in Läuen Kriegen, und wo wir da waren, in Verlangen haben, richtig gekommen, das ist nichts von so, was wir da waren. Wenn wir da jetzt nicht schließen, wegen Tietzhofen, wenn wir da jetzt nicht schließen, in dieser Umdachung, dann war wir das Nächste, wo wir Lieren von Krack, was wir da im Himmel sind, so war wir da auch noch beten. Himmlische Führer, wir kommen noch einmal fertig, wir wollen die Danken, Herr, dass wir uns das so viel, und denen wird gegeben, dass wir sagen, wo das im Himmel wird sein, dass wir sagen, in Beidem, was wir da waren, und wo wir uns die Friede waren, und so weiter, wir freuen uns, wir freuen uns, wir freuen uns, Herr, dass du warst, mit euch, in der Nächste, in der Englischen Umdachung, dass du warst, dass wir da waren, du kennst von die Herren, wir freuen uns, Herr, dass wir immer wieder trainen, die in Wut gehen, und sagen, was du für uns hast, was du für die Menschen hast, und so weiter, wir danken dir dafür, und wir sagen, wenn wir, du waren, steht dir nur, was krank, den Himmel, nicht irgendwas sein, was wir uns du kann, haben verletzt, dass wir uns das so vielem anhengere, wenn du in die Gesellschaft einst, wir sagen, in der Schule, dass wir uns was, was wir haben. Wir sagen, dass wir uns mit dem einen sagen, und so weiter, dass wir die, die werden, können wir fahlen, und dass ich dich freundlich haben in deinem Wort, was du da hast. Ich hoffe, dass du mit uns dann, eine besondere Woche, und wir freuen uns, dass du in diesem nächsten Tag in Englisch und auch in dem Tag auch zusammen mit Pastor Hermann, wenn du hier mit uns teilen bist, dass du auch mit Gott, Fried, geben kannst, dass du dein Wort so verbringen kannst, dass du auch mit dir durch den Heiligen Geist, dass du deine Kinder von dir hören kannst. Von dein Wort, dein Geist, dein Geist, dein Geist, von der Smarys. Wir danken dir für dich, dass du auch mit dir hören kannst.